Ja, wir haben heute Abend hier gerade eben ein sehr schönes Konzert gegeben, Kunsthof Boles. Ein wunderschönes Ambiente, tolle Leute, eine von ganz wenigen Kleinkunstbühnen, die wir noch haben. Umso betroffener macht es uns zu hören, dass das ja quasi dieses Haus hier auf der Kippe steht und wir möchten hier also einfach nochmal einen Appell loslassen, wie wichtig das für Künstler wie uns, aber auch für Freunde und Fans von Musik und Kleinkunst einfach ist, dass man hier Kultur einfach noch erhält. Für die künftlichen Generationen. Genau. Könnte man abschließend noch den schönen Satz bringen, den Norbert Blüm einst geprägt hat, wenn es sich nur noch ums Geld dreht, verblödet die Gesellschaft. Dem ist nichts hinzuzufügen.